Essen ist fertig. Das ist interessant. Die Tabellen für morgen. Ich bin am Verhungern. Du bist immer am Verhungern. Vielleicht hast du es so noch nie gemacht. Oh, interessant. Wie oft habe ich das auch gesagt? Ich habe Würmer. Die koche ich dann nächste Woche für uns. Ist das eklig. Es ist köstlich. Ich finde sie irgendwie schön. Scheiße, Mann, das ist eine Ratte. Schmeckt aber gut. Wenigstens hat es überhaupt einen Geschmack. Anders als die künstliche Scheiße, die du isst. Oh, bitte, Wednesday. Du würdest alles essen. Schweinepimmel. Frittiert. Glasiert. Du kaufst ihn und isst ihn. Alles okay? Mir geht's gut. Du wirkst so. Ich weiß, ich. Ich habe morgen meine große Präsentation. Du meinst unsere Präsentation. Dank deinem Besäufnis gestern sicher nicht. Eddie hat erzählt, du hättest in den Blumenkübel gereiert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das war so peinlich. Ich habe einen unserer Kunden auf einen Drink eingeladen. Vielleicht hatte ich ein bisschen zu viele Martinis. Er schießt mich. Du musst uns alles erzählen, Saturday. Wie kann man nur so dumm sein? Ich bin einfach müde. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ich bin einfach nur in. Ich bin einfach immer noch in den Blumenkübel.